ja passt schon auf auf der Kampagne schon und wer wollte ich gerade wissen was ich erst zu wem hast du es gesagt ich hab's gestern er hat gefragt und da hast du aber gesagt er ist gerade dessen das hast du dann gesagt ich glaube es ja zu irgendjemand man alle könntest du schon machen mal ihr macht es an ein paar punkte wenn einer die laser tag da bekommt der hat ich noch die gewinnt Tesla halt der hat echt den Hauptgewinn ey ohne Mist ja aber die kostet 10.000 nur glaub ich zumindest ich weiß es nicht mehr die kommt nicht weiß Hauptsache da kommt erstmal irgend so ein Typ der sagt what the fucker also wenn es Endgame 100.000 kosten sollte dann schaffen wir das denke ich mal ne ja wenn es dann haben wir es ja schon gleich ne aber da gibt es überhaupt ein Endgame keine Ahnung ja aber da musst du alle Plätze platt hin denkst du für die letzten kommen jetzt dann Prozent ich probiere dann gleich Granaten reinzuwerfen okay schießt ihr mal und wenn Korla kommt dann lasst ihr einfach ist ein Korla wir gehen es weiter nach hinten der Korla ist nämlich langsamer ist er nicht ach fuck ich hab keine Dinger mehr keine Granaten ich hab keine Muni ich hab keine Muni da ne ist doch kein Korla kill die alle kill die ich hab keine Muni ich will punchen gehen anstatt Muni kaufen okay vier Stück nein der stirbt noch der stirbt ja hier hat noch ich hab ein hab ein Crawler okay ihr könnt alles töten der ist sogar gar weit unten oh perfekt man perfekt lass mich kurz punchen Petschis bringen doch etwas aber die haben so eine Reichweite die Dinger ah ist ein Scheiß okay äh Lied Nummer 5 hattest du an ne ja du machst Lied Nummer 4 rein ah das kennen wir doch ja trotzdem noch Reihenfolge das wir alle mal gehört haben das Reihenfolge ah ja Reihenfolge Reihenfolge kenn ich nicht schau für die Farmers gibt es das Dammen-Up oder so irgendwie was das wäre ziemlich geil ne aber Double Tap gibt's ich hab schon alle Projekts an ach so oh halt ich hab Shaggan oder sonst gar nix soll ich irgendwie noch was kaufen hier ist die Kiste ne wenn ein anderer will ich 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 wo hier hier oben oder hier oben hier oben hier schon wieder sind nur zwei Spots oder was okay da lass mich aber bitte einmal ja geil Monkeys oh ah Waffen Weltmeister der nicht weiterspielen ja ne was ja Leute äh Ding was machen wir jetzt die Sonne mit Anfangsraum so man kann hier einfach runterspringen ähm mit was muss man die gelben Platten anschließen mit ja ich die muss ich nicht punchen ja habt ihr eine Sniper ja ich ich habe eine ähm macht es mal hier oben war da noch eine was ist denn das ach, Qualla, das sieht man gar nicht, scheiß kleinen Viecher wo soll ich anschießen äh geh mal da den Gang hoch, guck mal hier bei mir hier 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 hey, ist dein Abwehr so geil hier auf der Karte ja schon hä, wo war es jetzt ich habe hier gerade eben noch eins gesehen, bin ich blöd oder so warte mal, hier war gerade irgendein noch ein Teil wahrscheinlich hat das schon gemacht oder so ne, ich habe es gerade noch gesehen äh, ich habe eins hä, ne, hier ist kein hier ist nix, Dragon ist schon abgekauft ja, geil und wo hat es sich abgekauft? äh, nach oben äh, als nächstes ist es rote, ne kann ich das rote auch schon kaufen? warte mal warte mal ah, hier ist noch rote Teile, ne hier, hier auf dem Boden, guck mal hier auf dem Boden mit was kann man das abschießen? jetzt mit meiner Waffe denke ich mal nicht, ich schieße schon F drücken, ihr Lauchs fick dich, man, fick dich ich kann nicht kaufen immer noch nicht, immer noch nicht was fehlt denn hier noch? hm hä? guck doch mal nach weiß ja, weiß weiß weiß, weiß was ist weiß weiß, droht rot, rot, rot hä? hast du nichts gefunden, eins? ich sehe keins mehr ich auch nicht wo ist denn eins? so überall genau nachgucken, Mann ja, ich weiß ja, ich weiß oh, ich sehe was ist es ist aber schon ausgedrückt ich glaube schon offensichtlich hä? wo denn? ich meine, wo sind die Teile hier? was denn? äh ich hatte gedacht, man kriegt hier Fallschaden aber ne, was ne, was ah, ich habe eins äh, Open Hidden Weapons soll ich das auch noch aufkaufen? was ist das? was? wo? ja, genau die, die, ähm das ist dann ähm kauf das mal bitte auf da ist weißes Teil drin brauchen wir hab ich gekauft ja, da ist die Vector drin ähm ich komm die M4A1 und das war's wo ist das? hier unten ja, hier ah, ok so, weißes Teil M16, Vector hab gedacht, das ist die Tesla-Dingens drin, ey ne ne entweder M16 oder Vector Alter, mein Ringfinger tut grad übelst weh dein Ringfinger tut, ey wer hat denn dir das Wort in den Kopf reingeschissen, ey was? mein Ringfinger der rechte Finger vom kleinen Finger, du Hänge das ist ein Ringfinger, du Honk ja, ich weiß, was das ist ja, also meine kleine Ringfinger sind weh, ha, ha, ha der tut übelst weh warum auch immer oh ein ein ja doch, doch, na klar wann? jetzt also nicht soll ich für euch mal Monika auf oder so? du bist du ne, aber äh, brauche ich nicht hier oben rot aufmachen ja, ja, mach ich nicht nehmt euer eigenes Geld ich hab schon genug gekauft mhm, genau ey, Leitungszimmer oh, das ist, warte mal man kann es noch nicht kaufen das ist ein Geldslied welches Lied hast du rein? Johnny Terra Nummer 6 ah, ok ey, man kann noch nicht kaufen irgendwas fehlt dein Geld, ja, das fehlt aber das würde doch dann dastehen, aber ja normalen Eisern uns schon kaufen können ne geht nicht es noch ausspiel mal ein bisschen, oder? nein, nein, nein ich hab oh alter na komm man, du kannst schon hier runter springen hier mach ich jetzt aber nicht mach es nicht, du stirbst da unten komm mal hier hoch, ganz nach oben ernsthaft, ihr seid beide nicht hier ich bin ganz oben im roten Tunnel ja, ihr wollt mich verarschen, man ich bin hier ganz oben guck mal, hier bin ich hier im roten ich bin jetzt bei der MP40 ja, kommt mal wieder an normalen Platz, man ja, wie denn? hier bin ich doch ja, jetzt ist zu spät, man jetzt sterbe ich wir sind noch hier die ganze Zeit da, wo du warst, aber du bist ja weggegangen ja ich dachte, der andere steht hier ich bin doch hier wir sind doch hier alle zwei alle zwei jetzt geh mal kurz hoch ich esse, kann ich weiter essen was fehlt noch für das rote Ding hier 6 ml was ist, hab ich ja 8 granaten ok, ich esse mal weiter viel spaß ja, kannst du erstmal krieg ich das noch hin wieso, was hast du für Waffen? M16 und die Sniper ach so sie sind so stark ich hab grad schon ok aber naja, irgendwie musst du jetzt auch an Zweck wie ganz oben, falls das ist, ne? das ist ja komm, lass nach, lass nach ok jetz Emil terminar hey, drag ray, siehst du das über dir? das ist ein weißen, ist es offensichtlich ach sooooas Oh, wie dumm muss man das sein. Und dann wundere ich mich, warum ich weiß nicht komplett ist. Für was sind die Weisen? Ich glaube Tesla. Oh, die will ich haben. Kann jeder haben? Klar, also kaufen halt. Wie viel? 1.000, glaube ich. Locker easy. Locker easy. Locker, locker easy. Viel zu billig. Ja, bestimmt. Natürlich. Kannst du schießen? Ja, mach nur mal weiter. Äh, mich hab wenig Muni, darum. Schaffst du viel, ne Stück schaffst du locker noch. Wie hundert schaffst du? Warte mal, ich versuch's mir das Sniper ein bisschen. Ah, da kommt gleich ganz viele, ne? Ja, wirklich. Hm, hm. Na, kommt. Oh, ich, gib's hier keine Waffe. Ja, nicht schaffst du's. Ja. Nur nicht schlecht. Bitte, wo? Oh Gott, zum Bett. Nein, die fliegt jetzt mal einfach runter, das Ding. Echt jetzt? Ja, einfach durch, bitte. Hier haben wir nicht fliegt ja durch. Ja, wo ist der Fall? Ja, man, da kann ich gleich einen Qualler machen, das schaffst du schon. Ich mach gleich einen Qualler. Nochmal einen. Ich hab schon mal eine Taktik jetzt. Und Yannick. Hä? Ich hatte dir ja gesagt, spring da nicht runter. Ich bleib hier oben. Ja, du musst ja runterspringen. Ja, weil ich nicht wusste, dass ihr beide da oben seid. Ja, ich hab dir gesagt, spring da nicht runter. Ich stehe direkt neben dir. Jetzt kommen so viele. Ach, es ist noch nur 300 Stück, man. 350 Stück. Passt schon, die Sache läuft. Bei Maximal, glaube ich, nur 24 oder so. Rate. Schuss, wer heftig, für 53 auf dich jetzt mal so stürmt. Nee, äh, es ist so. Ey, das ist voll easy hier alleine, Alter. Ja, weil sie alle zu uns kommen. Nur manchmal ist es ein bisschen schwer mit Muni kaufen, aber sonst passt das. Ähm, sagen wir es so. Weil's, ähm, Ding. Kannst du dann Max Muni kaufen, bitte? Ich, ne. Ich mach das schon. Geh ich mal nach vorne, bitte. Ja, probier ich. Kein Bock zu sterben. Dann geh du mal weg, geh du mal weg. Okay. Okay. Machst du? Okay, MP40 gekauft. Die Kiste ist wirklich scheiße. Die ist doch auch nicht unten. Ah ja, mit den Zombies, ja. Es ist ja so bekannt, dass 24 Zombies pro Ding höchstens auf der Map sein können. Ich hab auch vorhin mal kurz gespielt gehabt. Ich hab mal kurz vorhin gespielt gehabt, da hatte ich wirklich alle hinter mir. Es kamen nicht mehr mit 20 hierbei, weil das war ich. Ich weiß nicht, ob das, es können eigentlich 24 sein, so weiß ich es auch, aber es waren nur 20. Ich hab auch mal kurzức. Ich hab auch mal kurzgespielt.